Das ist Real Life Beutegeld. Und darum geht es hier. Wie im Computerspiel kämpfst du mit deinem Team, um das meiste Geld zu sammeln. An Geld kommt man auf verschiedene Arten. Am sichersten ist es, die Geldkisten auf der Karte zu finden und sie mit dem Spielerhandy zu scannen. Aufträge bringen dir noch mehr Geld, sind aber mit mehr Risiko verbunden. Hast du einen Spieler erledigt, kannst du sein Armband scannen und bekommst die Hälfte von seinem Geld. Am lohnenswertesten ist es, den Spieler mit dem meisten Geld zu finden. Die GPS-Koordinaten werden dir auf deinem Handy angezeigt. Aber denk dran, wenn du stirbst, verlierst du auch die Hälfte deines Geldes. Du kannst dein Geld an Heli-Plätzen sichern. Fordere dort einen Heli an und belade ihn mit deinem Geld. Transportballons sind noch eine Variante, um Geld zu sichern. Du kannst sie an Shops kaufen, die überall auf der Karte verteilt sind. Teamplay und die richtige Strategie führen dich zum Sieg. Und jetzt schnapp dir die Kohle!